Aber ich habe das Gefühl, dass du dich heute qualifizieren wirst. Schau, das sind nur 400 Punkte, das ist fast nichts. Was ich hören muss. Wenn ich mich qualifiziere, kriegt jeder von euch 20 Subs. Ich würde safe landen und dann einfach gucken, so wenn du irgendjemanden laserst, kannst du W-Kin. Ne, okay, ne, das ist gut. Aber du bist Contest auf deinem Lutz-Lutz. Ja, da sind drei Leute, das sind Free-Kill-Summer. Land auch nicht bei dem Zaun. Fahr Metall, jetzt gehst du ins Haus, so hübsch wäre es schön. Ihr müsst mir alles callen, alles. Ihr müsst, je mehr ihr redet, desto besser ist es für mich. Links im Busch ist, glaube ich, meistens auch eine Kiste. Links beim Barrels einfach die Kiste kaputt machen. Weißt du, was das war? Jetzt rechts die Barrels, Barrels. Gönn dir jetzt. Na, kack auf die Minis. Dann popst du dir jetzt zwei Schild. Gönn dir einen. Gönn dir einen. In der Tür. Einer ist close bei dir. Das hat bestimmt nichts. Du solltest den W-Kin. Du hast Schild. Ich glaube nicht, dass er Schild haben wird. Geh rein, das hat keiner mit dem Schild. Ja. Ups. Schön. Das war fast. Nimm die Banished Gun mit für Pistolen. Gönn dir zwei Minis und nimm die Banished Gun mit. Schau, jetzt hast du schon 50 HP mehr und 8 builds mehr. Ja, das ist das so. Okay. Die Vogel gerade beide eigentlich. Komplett am Popeln, ja. Deswegen. Das ist wahrscheinlich ein Swim-Snapper. So würde ich sagen. Kann es nicht. Oh, nein. Was war denn? Meltax. Mit der Goldene Pump. Du hast eine Graue. Ah, nacky. Oh. Hinterm Baum, hinterm Baum. Hinterm Baum. Hinterm Baum. Das siehst du ihn. Seh ich die Klaus vor dem Baum. Nimm einen kleinen. Oh ja. Sechs hoch. Sechs hoch. Sechs hoch. Werfen dann Crash mit er hoch und dann Softgames zu dienen. Sehen kann ich nur in Gefäßte daran. Geh den Schiff zu. Schön. Was war das? Sehr schön. Du hast ihn einfach so geshittet. Er hatte alles. Oh, das war Brave. Sorry. Ich war am Stream-Snipe. Hm. Wenn ihr nochmal gleich Sprat und dann nachgeht, da musst du reinkischen. Aber du musst hauen tun. Geh runter. Crashbill noch nicht rein. Einfach rein, hä? Warte, MBE ist nachher. Hier treiben. Nice. Tree, guck mal. Oh mein Gott, let's go. Jetzt oben zoomen, ja. Jetzt zoomen. Tschö. Ich so mein Call. Das ist halt insane. Mein Call? Messy, Messy. Ich komm Messy getroffen. Bauer ein bisschen rein mit Metall, weil du hast 360 Spare. Und dann geh irgendwo rein. Geh mehr nach rechts, nach rechts. Okay, so ist eigentlich genug. Und dann kannst du ab der Box, dann kannst du Bouncer Crashbill nutzen. 210 Spare. Ja, aber du musst eigentlich so weit rein toppen. Aber kannst ruhig den Rest zu nutzen. Jetzt blauen Bouncer, das ist 8 Stück. Junge, du bist so eine Virgin, Junge. Du musst doch gleich rotieren. Jetzt musst du die Metall nehmen, ja? Okay. Jetzt musst du einfach Blauen Bouncer benutzen. Und lauf dein Tarp. Nee, 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 nicht Sprain, nicht Sprain. Der kommt an deinem Tarp. Tornepump. Schön. Und jetzt rein, äh, Bouncebill hoch. Bounceway Village 3 Bouncebank Donna ist angerpett. Ja, nein. Ja, jetzt. Nein, nein. Jetzt nochmal Bounce utilized. Und dann kriegst du. Ja, Crash. Wahrscheinlich Barth. Back floor vidden. Ihr redet alles so viel. Oh mein Gott. D arsenal aufge salad. was ich habe nichts gecheckt ich wusste noch nicht mal was bei mir ich gucke auf meinen monitor ich wusste nicht was abgeht alle reden nein das war sein dass der call von martian und frei warum soll man bei der ansteckten lobby wo es nicht mal zwei moving ist bounce pattern wenn man high ground hat du musst halt verstehen nein 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 darüber mich nicht warum sohn von bahn versuche ich mich zu sprayen machen so auf und spray auf den puls auch hoch ja jetzt versuchst du zu sprayen? 110 101 Schön! Ja, das ist kein Wausbild? Keiner in die Box Wo ist er denn? Ich weiß nicht welcher Box ist Du kannst nur 7 Builds bauen Er hat gar keine Builds bauen Spray einfach nur Na du hast nur noch 30 Shots Das funktioniert nicht Du kannst von der Seite rein Von der Seite wo du grad schaust Rechts Gegen die Wand und so Ja genau das mein ich nicht Controller Movement du Bastard Controller Movement du Bastard Was ist denn los da? Das ist kein Schluss F10 würd ich sagen Aber halt wie jeden Schuss getroffen Das geht in die Montage rein Egal Ich glaub das Entwaltet Ja Der ist abgefahren Der war grade so am Mahl Stream stand Oder so Keine Ahnung F10 M1 Wird's wichtig Deine Paffen hat einfach nicht geschossen was? Eine Blaue Eier Und ich stell dir Sonstellte sich an den Rand der Zone in eine Woodbox AFK Nein Er hat da vorne ein Fenster gemacht Wie kann der AFK gehen? Genau Safe Er hat ausgetappt oder so Er war aufgeregt Er wollte einmal sein Swim gucken ob Amma noch lebt Sechzig weit Das war schon Er ist da Er ist da So jetzt achte auf Rotation So geh jetzt auf dem Weg Du musst jetzt auf dem Weg Sei leise Geht's gerade aus und ein Tabel nach oben Weil du kannst dann connecten zu den Bills die dort sind Du Nach oben Rams Weiter nach oben Noch mehr nach oben Noch weiter noch weiter die ganze Zeit weiter zu den Bills Okay Du hast nur noch so 20 Bills Versuch ein bisschen Match zu sparen Da liegen wir jetzt Oder? Beim Bouncer Du kannst ihn versuchen zu töten Guck erstmal wo Zone hingeht Vielleicht geht es zurück Nice Guter kill Zone geht am besten zurück Aber du sollst versuchen ihn zu töten Ja ich springe wegen seiner Box In der Space Der rein rein Der rein rein Der ist schön Der ist voll besser Pump raus und versuche ich jetzt einfach gleich ein One-Pumps zu machen Das ist schade Aber vierterfalls ist es richtig gut 143 Punkte Schade Ja wo du gelät hast Sehr schön Bau Nice Switch Ein bisschen nach vorne Genau Ja perfekt Schau wie viele da sind Maybe Einer noch Vorne Brick glaube ich aber hier noch Naja aber Hebt die auch Hebt die auch Hebt die auch kurz Um zu sehen wie viele das sind Ja Das ist dann so komisch Okay Ja okay Es bugt manchmal Seit einem neuen Update Ja okay Ja okay Ja okay Das ist fast drin Kann es einfach weiter gerade ausgehen Okay jetzt fang an einfach hoch zu rappen Das ist fast drin Geh weiter Weiter nach oben weiter nach oben Oh du kannst auch den Berg drauf Ja Herzberg Auch eine Box Super Super Du kannst dich auch an irgendeinem Tag campen wenn du willst An einem Tag anfangen und da Oh what was macht der Du macht den Puls Nice Nice Jetzt gehört es Ich glaube und hier Du hast du sehr wegen Nimmst jetzt deine Kills und hast du am Rand vom Storm zu bleiben und mit ein paar Brauchte Spaß raus und dann musst du an versuchen Versuch das letzte zu rotieren damit du hinterher jemand bist Nice 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 Das ist das Okay jetzt fang an nach oben zu rappen Oh Oh Ich schaff es Du schaffst es Du schaffst es Nein Nein Aber das ist so schön Gute Runde Sehr gut Ich war nicht rein Oh mein Das war so knapp Aber egal Aber aber So entscheiden Holy shit Schien rein Du hast die P22222 Ich mag die Glocke das ist jetzt so zu streams da wie viele landen da Hä Nein Wir haben so ein Team Nice dein tor heißt er heißt auch noch und dann drohen kann auch einfach so da gelandet sein aber der da oben ist also der unten weiß ich nicht da wo weiß ich nicht aber er war nur lack gehabt mit der skar aber der oben ist so ein safe es ist jetzt wenn ich bin ich bin mega ich bin auch mega stolz auf euch an ultimativ gute calls da muss man echt sagen die gefälle props auch hier an unsere pros ungelogen das brauchen wir übernächste woche oder in drei wochen oder wann das auch wieder ist müssen wir das wiederholen er qualifiziert durch erste runde zweite runde machen wir wieder jungs sind ganz 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 oben direkt verlinkt im youtube video check die sofort ab deren twitter links von dort aus kommt ihr auch auf deren auf deren youtube und auch auf deren twitch ich war doch auch noch da aber ich habe das gefühl so kam hat irgendwie so die zwei angeheuert so ein auge gemacht so dann ist es nicht ganz klar kam und das ist einfach sein second account oder so